Kepfen, Kepfen! Kepfen, Kepfen! Ich habe eine Pizza auf meinem Sonar! Oh man... Wie kommen die Geräuschen? Kvito-Bezo ist eingeleitet. Beginne Pizza Destination. Ich merke ein Eindringling. Ich habe Pac-Man losgeschickt. Pac-Man, schnell frei. Level 1, wie ich da nehme. Ich sehe mir die Frage. Muss Pac-Man auch mal scheißen? Oder hat er einen Künstlichen nach oben? Man kann es nicht. Dann scheiß aus dem Maul. Also wir haben eine Frage für den SNS-Grunden. Oder für das Doktor. Ich würde sagen, wie ist der Pac-Man sich vor? Indem er andere kleine Tabletten frisst. Mit Pac-Man. Das ist wie eine Spinde. Das Ficken und den Töten. Was ist der natürliche Film von Pac-Man, außer die Geister? Der Spieler. Toge. Bende. Fandang. Wende. Wende. Fandwende. Aber ich muss ein bisschen dabei sein. Das mag Spaß. Das ist auch auf Geißen. Ich glaube, ich bin da vorne noch mal reingetragen. Keine Ahnung. Höre feindliche Panzer. Keine Ahnung. Komm, doch noch Fritz. Nicht ausgebrochen. Mit Donofrit. Scotty. Auf die Zellstation einruhen. Mache Bordgepücher. Haben Verbündeten gefunden. Sind nicht alleine. Können freilich im Geschirr standhalten. Aktiviere Schutzschild. Aktiviere Abschleckung. Wenn Motor heist gelaufen, aktiviere Schubgeschwindigkeit. Aktiviere Bordgepücher.